Moin Leute, was geht? Wir sind es wieder, die GB Let's Play, und heute mit einem weiteren Minecraft Together, mit mir dem Showbox und dem Sgt. Ja, hallo. Uhu, Schnuckelputz. Okay, ich, ähm. Aha, ich habe immer noch mein Psymatisch. Ich bin lieber leise. Ich kann es heute nicht so besprechen. Jetzt habe ich mir die ganzen Schaufeln gemacht. Jetzt habe ich aber keinen Platz mehr. Aber ich habe ja oben eine Doppelkiste, da kann ich ja erstmal die ganzen, ähm, 35 Schaufeln reintun, da kann ich mir die anderen 10 behalten. Also wenn du mal gucken willst, hier sind dann die, ähm, ja, was? Einem anderen Turm. Ich komme jetzt ganz bestimmt nicht. Ja, die Doppelkisten habe ich schon gesehen. Kannst du gleich zwei wieder, also eine. Na, kannst du auch machen, wenn du gleich da bist, dort. Das ist ehrlich. Na ja, gleich ist übertrieben. Ja, wenn du dann da bist. Wofür, mein Gott. Ach ja, und dann könntest du mal 8 Milliarden Stacks, ähm, Holz schließen. Und nochmal 8 Milliarden Stacks Holz. Na, warte mal, du kannst auch was machen, oder? Was? Äh, ja, nö. Klick rein in der Ecke und zähle Erdwöcke. Ja, wenn du in der Erde alles kannst du mit Erde sein. Nee, dann nehme ich die, die du schon gemacht hast, in der Arbeit. Aha. Hä? Ich habe das Ganze hier auszusammengesammelt. Aber warten, was ist jetzt kapitel ungünstig, dass es in Nacht ist? Brennt! Ich bin jetzt verarschen. Coolbox? Ja. Hast du Wasser einmal dabei? Nein. Ich muss jetzt hier irgendwie von der Brücke runter. Na, spring doch. Oder lauf zurück. Ja, schaffe ich das? Oh Gott, nein, ich möchte das nicht schaffen. Lauf da einfach zurück. Oh, ich hab's geschafft. Oh, das war auch ein Block. Na, was? Wieso? Wow, es gelettet und es ist eigentlich brenn, ja, das wusste. Jetzt brennen. Ähm. Ha, kann sich zielen. Kann sich. Loll. Das gelettet mit einem Schlag mit der Steinsch... Eisen. Eisenspitzehacker. Gestorben. So. Okay, die Brücke sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Ach, bin ich hässlich? Obwohl. Passt eigentlich. Ähm. Nein, passt nicht. Obwohl, erst mal rum, ob ich hässlich bin. Erst mal terraforming. Eigentlich sind ja... Ähm. Also eigentlich gehen ja so die ganzen Waffen und Zeug so bei Verwendung kaputt und so, ne? Hm, no. Aber irgendwie... Immer, wenn ich irgendein Skelett töte, ist der Bogen fast drin. Ja, weil der, bei denen der Bogen ist irgendwie besonders schnell. Futsch. Hm. So. 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 Glaub ich. So, gleich weglassen kann mit dem Trock. So, jetzt muss ich das hier ganz synchron anschließen. So, nehme ich grad vom zweiten Kackschliff zu der Brücke und nicht von der Brücke zum Kackschliff. Gucken. Und wenn das fertig ist, dann kannst du... ...Brücken besichtigen. Also, das ist noch nicht alles, es werden noch viel mehr von... Es ist ja noch vom zweiten zum dritten. Vom ersten zum dritten. Oh mein Gott. Ach. Oh, ist das... Oh, das ist nicht synchron. Wäre ja zu schicken. Oh, das passt sogar. Okay, warte. Ich mach mal das Geländer. Also, wenn man das Geländer nennen kann, kann man einfach nicht... Hm. Erstmal... ...Terrafone. Geht denn jetzt hier? Okay, die Brücken sind eröffnet. Sie können sich nur zu einem der Ausgänge begeben. Also nein, sie sind noch nicht eröffnet. Ich muss nicht die Mauern bevor weg machen. Aber sie können sich bereits anstellen. Okay. Wird ein hoher Besucherstrung erwartet. Von mehr oder weniger Tausenden. So, warte. Hast du grad vor, für eine Brücke zu gehen? Nee. Okay. Kann ich es dir ja noch lassen. Nein, bitte mal. das ist terraformings nicht abbauen terraforming ich habe jetzt schon 1 2 3 4 5 6 7 stacks ist die menschen heute also ich musste die ganze arbeit für dich naja hat man wieder was zu essen hier des wahnsinns lauf mal zurück alles zu wachsen wird dann folgen sie mir bitte nicht geben erst das essen gerade zu laufen mehr 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 habe nicht mehr da kommt reichere zu lassen du hast mehr ich habe nicht mehr jetzt aber für die zuschauer in der aufnahme ich habe nicht mehr dann folgt mir also ich gekommen ja und dann wird vielleicht auch noch alles zu spät ersetzt unnötig und nötig dass wir doch sich ja noch die zweite ja wo geht die dann hin im zweiten und zum dritten nur also wir sind erst ein kackstift recht gebaut hier ja wenn dann musst du das auch noch weg machen das ist das gut so und da ist dann der zweite kackstift das müsste sein ist aber dann so komisch so so ja das ist da fehlt eins und hier ist eins mehr genau so passt es dann ja schön und hier um die dann die große brücke dann wollen das wird gefährlich kommen wir runter naja es wird richtig böse gemacht sich viel leichter ja ja da hinten wo nicht naja schön schön also ich brauchst du noch erde ja alles was du hast so ich tue es hier in die kiste wäre es mir doch zu so geht es aber schneller die ganzen steps und dahinter rennen also mal ganz ich war noch mehr lange es reicht du kannst jetzt um antwort kümmern was soll ich damit den anderen 34 schaufeln machen hast du nicht unser ganzes eisen für die schaufeln verbraucht wenn ich eisenstein schaufeln noch mal hier in die kiste in die ganze man die große kiste reingucken sind die ganzen schaufeln mit nur er nicht die wohl ich dann mal alle oder doch schuld jetzt alle ab was willst du da jetzt machen als meine extra kiste anfertigen für die schaufeln ich weiß was du machen kannst ich die stufen ja ich weiß und dann gibst du mir die ganze stufe und dann mache ich dir die stufen dran ja ja dann noch ganz viel holz blöcke dann ersetzt sich das alles und heute soll noch mal holz fahren gehen ja wenn ich heilige scheiße erst mehr erst mal trempeln ich brauche rassistisch viele ich will es also naja so viel naja eben nur drei stacks ist mal gucken es ist fast reißen da haben wir erst mal genug schaufeln oh ja du weißt ja gar nicht wie viel das sind du hast ja gar nicht gucken naja nicht mehr ganz 34 haben wir verbraucht so da brauch ich noch eine doppelkiste kannst du dann also machst du jetzt schon die stufe ich gerade noch hier einsortieren was die ganze schaufeln müssen nachher kommen eine extra kiste das sind zu fies was man kann diese items übelst katapultieren indem man einfach so ein block dahin baut und das dann so an der ecke macht und dann schnipsen übelst weit weg so alles wieder schön einsortieren die stöcke brauche ich auch nicht mehr wo waren das holz ja dann haben wir schon sechs treppen pfuh ha 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 mensch geht er voran so haben wir schon 38 treppen 46 ja was geht denn jetzt hier oh gott jetzt bin ich hier fast so Junge hab ich noch mit so einem sprung gerettet lol die zog guck mal lol lol die zombies auf der also hast du ja vor uns den berg gesehen wo ich gerade rüber baue ne na und da stehen die jetzt gerade vor der schlucht und gucken jetzt zu mir hier hoch also zuerst so jetzt hast du über zwei stext treppen reis das reicht nicht ne guckst du mal wie wie wenig stufen du hast Ja, bring die... Ja, okay, dann bring die mir mal kurz her. Ja, ich mach mal noch mehr, du hast recht. Ach, auf einmal. Ich mach die Eintreppe mal hier, dass man hier bei dem einen Dings runterspringen kann. Aber da tue ich jetzt... Also da mach ich jetzt alles Holz aus Treppen. Alles? Naja, wir brauchen da eh noch mehr. Okay. Oh, Zornbisshalte doch mal eure Klappe. Oh Gott, jetzt fall ich hier fast runter. Ne, das geht nicht, okay. Ach, guck, 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 wie geht's hier so? So, mehr Holz hab ich noch nicht. Ich hab noch ein bisschen Holz. Ach, Quatsch. Aber doch nicht. Ach ja. So, okay. Da bring ich dir mal die ganzen Treppe vorbei. Ich muss mal bitte ausleuchten, weil sonst kann ich die Brücke nicht betreten. Weil sonst... Dann machst du's halt nicht. Leu... Spinne, Spinne. Hier ist ein Zombie mit einer Rüstung. Ich... Ja, mein starkes Trauma. Ja, mein starkes Trauma gefölkt mich täglich. So, bockst. Ja. Kriegst du mir dann die Dings drücken? Ich bin mit Zombieschlagen beschäftigt. Ach so. Ach, ganz klein, was zu essen mitbringen. Ähm, okay, so und so. Willst du teleportiert werden? Äh, joa. Okay, warte. Wo haben wir's? Creeper. Ey, was ist mit dir jetzt? Warum bist du nicht hier? Ich bin hier. Ich hab's gedacht. So, Creeper. Wenn sie dich stellen, wird das. Danke. 48. 64. Äh, das sind verschiedene Treppen, das bist du nicht. Ja, das geht nicht anders. Ist doch egal. Naja, wir können... Wir nehmen aber nur eine jetzt. Also, die kannst du wieder mitnehmen. Hä? Ist doch egal, welche Treppen. Nimm mal die wieder... Nee. Hä, warum nicht? Und dann musst du jetzt also ganz viel Fichtenholz farmen. Ach, es ist doch schnuppe, welches Holz. Das sieht man doch nicht. Naja. Alter, weißt du, wie viele 46 Treppen sind? Ja, es ist 46. Ja, es ist voll viel. Ach komm, dann leg ich mich doch immer auch hier. Also, ich kann es jetzt Fichtenholz farmen gehen. Wie würdest du das machen für mich? Na, ja. Danke. Und dann machst du Treppen draus und dann sind wir wieder froh. Sind wir wieder im Geschäft. Und dann musst du noch mehr Kackstifte bauen. Kannst du das nicht machen? Ja, genau. Ich mach dann immer von den Kackstiften weiter. Die Brücken und dann baue ich ja mit den anderen Grad noch so sieht. Na, wenn du gleich die Brücken baust. Da bringe ich dir dann noch ganz viel Stein. Da passt das ja. Ne? Kannst du gleich mit Essen verbinden. Ja. Ich hab dir jetzt gar kein Essen gebracht. Also, geben. Ich hatte es mit, aber... Was hast du da gerade gesagt? Ähm... Alter, das Weizen ist übelst fertig geworden. Also, übelst fertig hier. Da wird ein doch warm ums Herz. Nein. Nein. Es macht es nicht. Nein.